Juhu, da sind wir wieder. Diablo 2, Let's Play Together, Lords of Destruction oder so ähnlich und wir haben jetzt noch mal den Schrein gefunden und wollen jetzt erst mal Dingens finden, Cain, Cain finden. Ja genau, mit mir wieder, Ted Mosby, zu euren Diensten. Ist zwar gelogen, aber scheiß drauf, Anachon. So, dann suchen wir den nochmal. Ja, wir müssen jetzt hier durch den Durchgang durch. Ist erstaunlich, ich hab's noch nie gehabt, dass der Durchgang und die Steine direkt nebeneinander platziert wurden. Glückssache gerade. Überraschtung. Jetzt hab ich meinen Skill so weit aufgelevelt. Jetzt guck mal, wie viele Blitze da rauskommen. Da kommen schon acht Blitze raus. Alter, man kann's auch übertreiben, ey. Wieso? Kann man das? Ja, guck hier, das ist mein Zahnzauber-Spruch, mein Angriffszauber. Ja, der trifft besser als deine. Dafür sieht er nicht so cool aus, ich meins. Ach, du bist nur ein Spambot, so wie das aussieht. Gar nicht. Wohl. Jetzt kommen langsam die lustigen Monster. Skelettbogen-Schützen und diese Missgestalteten. Die machen mir ordentlich Schaden, wenn man sie ran lässt. Naja, das muss unsere Zauberin ja besser wissen, ne? Was, die Miss- achso. Worauf willst du hinaus? Ich weiß nicht, das können sich unsere Zuschauer denken. Ich weiß nichts. Huch, Mana ist alle. Tankst du Heiltrank? Nee, Mana-Trank. Oder den. Macht bei Mana sehr, mehr, mehr Sinn. Hier ist irgendwo ein Held dazwischen. Oh, scheiße, blitzt das. Ich wusste, das war jetzt ein bisschen zu viel, was da kam. Ja, soll das ab... Das sind zwei Helden sogar. Hu, 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 hu. Ah, gute Idee, hier. Moment, Mana. Jetzt. Bam, bam, bam. Hey, das war böse. Kadaver-Explosion for the win. Okay, was gibt's hier, irgendwas? Eisenhut. Kann ich jetzt bestimmt die nicht tragen. Oh, Mana-Tränke. Mana-Tränke. Die Axten nehm ich mir mit und vor allem die Regenerationstränke hab ich gerade alle verballert. Die brauche ich neu. Ah, und die Stärke 16. Hast du schon 16 Stärke, willst du einen Eisenhut haben? Äh, ich hab 20 Stärke und trag einen. Achso. Aber keine leichte Rüstung für mich irgendwie, keine Ahnung. Ist jetzt noch nichts getroppt für mich, ne? Da musst du halt mal ein bisschen Geld ausgeben. Oh, was hast du hier gefunden? Tage, einfach, nur Paladin, aha. Wenn sie Fähigkeiten dazu gibt, so Skills, dann sind sie verdammt teuer. Ich hab gerade einen Zepter gefunden, das bringt zwei Fähigkeiten extra. Ja? Hm. Also, wenn du schon grenzen... ...haha. ...wir immer vorrennt. Äh, wenn du schon die ganzen Heiltränke immer einsammelst, dann guck, dass du die Regenerationstränke nicht liegen lässt. Die heilen dich instant hoch. Okay. Schlüssel. Was ist hier? Brunnen. Jo. Der füllt sich nachher Zeit auch wieder auf, kannst du dran recken. Achso, cool. Guck, dass du nicht so viel ins Mikro atmest, du bist auch ein bisschen leiser geworden gerade. Okay. Ich hab auch gerade nichts gesagt. Ja, aber du atmest rein, das hört man auch so, brauchst du nichts sagen. Ne, das ist, wenn ich meistens rauche. Immer diese Kiffer. Ne, das ist ein normaler Zähre. Willst du mir etwas erzählen? Hast du etwas zu beichten? Nö. Ach, schade. Ich mag das Geheimnis auszuplaudern. Achso. So. Neuer Helm für meine Tusse. Gibt kein Geheimnis, was du ausplaudern kannst. Nur weil ich sie noch nicht kenne. Nicht genug Mana. Ja, toll. Wo ist denn mal das Ende von dem Ding hier? Ach, Gold. Da liegt eine Lederrüstung. Ich glaub gesockelt. Kann ich eigentlich nicht tragen. Oh. Mehr Bodybuilding. Ich glaub hier ist irgendwas. Das sieht so eckig aus. Aber muss noch gucken. Boah, hier sind fünf Schamanen hier. Ich erkund mal die andere Richtung. Monster, Monster, Monster. Ah, hier geht's. Level 2 habe ich gerade gefunden. Ich sammle hier gerade eine Menge Gold auf. Okay, dann mach ich dasselbe. Kann noch ein paar Mana-Tränke mitnehmen. So. Wir hatten uns ja überlegt, dass wir auch gerne mal ein paar Gastspieler zu uns einladen würden. Ihr müsst halt nur schauen, dass ihr ungefähr auf unserem Level seid. Also wir sind jetzt ungefähr bei Level 8. Dass ihr nicht allzu großen Unterschied habt. Wenn ihr das Spiel noch habt, könnt ihr euch hier gerne mal einen hochspielen. Das dauert ja nicht allzu lange. Oder vielleicht spontan einer übrig ist da draußen, der auch gerade noch halbwegs spielt. Oder so, ja. Charaktere verfallen ja erst nach, was war das, 90 Tagen? 30 Tagen? Es kommt darauf an, wie hoch dein Level ist, ja. Ja, ich mein, wenn wir halbwegs hoch sind im Level. Dann dauert es eine Weile, bis die gelöscht werden, ja. Gut, ja. Ich fühl mich hier irgendwie beim Feuerwerk. Das könnte die neue Hymne werden, ja. Leveler! Oh, noch ein Wolfkop, was bringt der? Oh, geil. Zwei Wolfköpfe mit Skill ab. Das bringt super viel Kohle. Okay, ich muss jetzt mal nicht skillen. Ich habe gerade nämlich ein Level ab. Jo, ich auch. Bist du jetzt Level 10 oder Level 9? Level 9. Okay, dann sind wir doch gleich. Ach, ich glaube, das wird durchs Multiplayer ausgeglichen. Das heißt, ich kriege mehr EP und du, ähm, gleich, dass es gleich ist dann an für uns. Ich kriege dann weniger EP oder was? Nee, ich glaube, ich kriege einfach schneller EP, wenn ich niedriger im Level bin als du, bis es ausgeglichen ist. Achso. Glaube ich. Neu ist doch nicht schlecht. Nehmen wir noch ein Skelett oder nehmen wir noch... Ich nehme jetzt mal ein Skelettbeherrschung, kriege ich ein paar mehr Punkte dafür. Ich kann es ja auch einfach so zu schmerzen, ich kann es nicht beantworten. Vielleicht könnt ihr da draußen uns diese Frage ja beantworten. Oh, Held. Aber jetzt kommen schon Leute. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal weiter auf, obwohl wir hier wahrscheinlich gerade ein Disconnect haben. Jo, und ich bin aus dem Spielrad geflogen. Ja, deswegen werde ich einfach hier mal weiter moderieren. Anachon meldet sich in der Zeit. Macht Anachon noch einen Vlog. So was passiert halt, wenn man... Let's playt. Und ein Internet stinkt. Ein Internet stinkt. Ein Internet stinkt. Und ich lade mal den Anachon wieder ein. Wo ist... Das muss ich mir aber noch überlegen. Wo bist du jetzt so? Soll ich ein Portal... In der Stadt. Soll ich ein Portal stellen? Ja, warte, ich verscherbe erst mal mein Zeug. Kannst du dann stellen, wenn nichts verdächt ist. Ja, hast direkt gestellt, ey. Wie lange haben wir denn überhaupt noch? Äh, wir sind jetzt gerade bei siebeneinhalb Minuten. Ah, da haben wir noch ein bisschen. Oh, ne blaue Truhe sogar. Ich verscherbe kurz mein Zeug und dann folge ich dir. Hast du irgendwas cooles gefunden? Ich mach's doch mal auf, ja. Jo, sag ein. Sehr viel Gold. Ähm. Massenhaft Gold. Okay, ich hatte gerade einen Teleport-Lag. Der Schmied war nicht da. Auch cool. So. Wie viel bringt ihr mir denn? Oh, ne neue Kappe. Verteidigung 3. Achso, naja. 400 Gold. 411 Gold. 1100. Boah, das Paladin-Zepter von eben. 4600 Gold. Naja. Heftig, geil. Na los, hau rein. Lass mal hier mal fertig werden. Ja, ja, ja. Ich bei mich ja schon. Muss doch erst von dieser alten Tusse die ganzen Schriftrollen besorgen. Identifizieren. Wenn da, wenn auch. Bist du da? Oh, ist kackendreist an mir vorbeigerannt. Ja, ich muss doch neue Opfer für meine Totenbeschwörungen suchen. Sonst habe ich keine Armee mehr. Ja, wir sind so schlecht. Wir sind so schlecht. Wir sind so schlecht. Wie bitte? Du bist bisher als Ernstiger gestorben. Komm, red dich nicht raus. Ja, 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 ja. Leck nur ab. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt schon den Kopf auf die Tastatur hauen, weil wir so schlecht spielen. Ich bin einfach skillt bei dir. Alles sieht man ja im Video. Und nur würdest du Zeug erzählen? War ja in der anderen Richtung noch irgendwas, wo du hier in der Langsamung bist? Nein, wir haben noch. Da ist noch eine Dingsung, ja. Ja, also hier oben war nix. Da oben ist noch ein Weg offen. Ja, ich meinte den anderen Weg, aber jetzt gehen wir einfach mal weiter. So, müsste eigentlich gleich mal... Eigentlich langsam fertig sein mit dem Dungeon hier, oder? Ja, erst mal Monster-Schnitzeln. Wie viele Edelsteine hier droppen im Multiplayer, ist erstaunlich. Ja, wahrscheinlich die raten... Na gut, die Monster sind ja stärker jetzt, wo wir jetzt zwei spielen. Ja stimmt, es gab ja so einen schönen Slash-Command, dass du die Stärke der Monster aufs Multiplayer anhebst. Das war cool. Herausforderung. Ah, hier ist es. Gut, dann gehen wir erstmal nochmal einmal rum. Um die ganze Höhle noch ein bisschen zu erkunden. Vielleicht finden wir noch ein paar Monster. Nee. Der Rundgang ist beendet. Ja. Der ist beendet. Dann gehen wir jetzt gleich mal in den dunklen Wald. Ich hoffe, da finden wir auch gleich einen Teleport. Ja. Chanzen gering. Mal gucken. Ah, die Untiere, die sind schön. Auf jeden Fall haufenweise Heldenmonster hier. Kieferknochenhut. Noch ein Saphir. Meine Güte. Ah, hier ist direkt der Innifussbaum. Sehr schön. Nur Barbar, toll. Ah. Cool, wir haben die Schriftrolle schon. Oh. Das ist schön. Müssen wir jetzt hier noch Kayn finden oder was? Ja, wir können die Röschi direkt zurück ins Feld der Steine, wenn du willst. Dann müssen wir nicht noch Kayn finden? Der ist ja beim Feld der Steine. Ne, der ist doch hier. Nein. Ich glaub's mir, wenn ich's sage. Ich würd' dich niemals anlügen. Ach, kommt der denn, wenn man da die... Wenn man die Steine benutzt, genau. Müssen wir retten. Und dafür brauchen wir die Schriftvolle, oder was? Genau, um die Kombination zu wissen. Achso. Kommen wir zurück, oder was? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Äh, jetzt sind wir bei 11,5 Minuten. Also Kayn schaffen wir, glaub ich, noch. Warte, ich komm zurück. Ja, gut. Ich mach Portal auf bei mir hier. Kannst den Brunnen noch nehmen, bist du voll. So, hier bitteschön. Okay. So, haben wir noch ein bisschen was? Oh ja, ich muss noch ein bisschen verkaufen. Hier ein paar Schriftrollen schnell holen. Hm, lecker. Konservierter Kopf jetzt in der Nebenhand. Haha. Juh, schön. Mahlzeit. Wird's auch ein bisschen? Ne, ich werd' jetzt hier mal ganz schnell identifizieren, dass wir hier fertig wären. Und dass ich mal schnell mein Zeug loswerden kann, dass wir dann gleich mal Kayn noch schnell machen können. Juhu. Jetzt reicht die Zeit nicht, ich hab... Hm, das ist grad ein bisschen blöd. Schnell, 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 komm. Keine Zeit hier. Verkaufen. Was ist denn die Kombination? Guck, genau, guck. Ach, scheißegal. Guck du schonmal. Bringen sie Ak... Ach, scheiße. Ich muss der Atusse erstmal die Schriftrolle bringen. Neuuuun! Ich bin Akara. Ja. Steht in der Questbeschreibung. Hier ist er. Komm. Ja, ja, hier so. Quest-Log. Okay, zu den Monolithen zurück. In der Reihenfolge, die auf der Schriftrolle stehen. Ist aber eh scheißegal, weil sie in der Reihenfolge anspringen, wenn man richtig draufklickt einfach nur. Okay. Hast du? Den. Ich bin ja dabei, guck doch halt hin. So. Der andere... Und dann... wird's dunkel. Quest-Log. Suchen Sie und retten Sie Deckard Kayn. Hinein, nach Tristram. Tristram konnte ja bloß Fuß nichts entgegensetzen. Ja, hier. Frei ist er. Okay. Deckard Kayn. Geht sofort, wenn du dein Leben liebst. So. Ich bin ein helles Helden. Aber wir sollten ja Griswold noch killen, wenn wir schon dabei sind. Das ist der Schwierige bei der Sache. Beziehungsweise... Wow. Wenn ich ein wenig Leichen habe, macht's boom, boom, boom. Ich merke schon, meine Mannschaft hier macht den perfekten Tank für uns. Oh. Au. Hier ist zu viel zum Sammeln, ey. Aber das machen wir gleich offscreen. Wir werden hier gleich die ganzen Scheiße mal einsammeln. Aber jetzt... Ich denke, wir werden mal schnell ein Portal stellen und uns zurückporten, oder? Jo. So. Gut, liebe Leute. Denn... Macht's gut. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn's wieder heißt... Lord of Destruction. Diablo 2. Seid zu sterben. Mein Name ist... Mr. Dexter. Und... Immer noch... Ted Mosby. Tschüss. Macht's gut. Zeit zu sterben. Adieu. Leb wohl. Leb wohl. Bis dann.